Da müssen wir aber schnell handeln, weil, ähm, ja, das sicher nicht zulassen wird dann. Gerne! Tja, mein Freund. Nein, ich finde das nicht Gaza. Sieht ja fast aus wie ich. Na gut, dass ich irgendeinen hab, den so zu drehen, weil ich mich, äh, weil mich zu drehen wurde viel zu langsam dauer. Wir haben jetzt voll die Gang. Wir haben ein ehemaliger Yakuza, ein anderer Yakuza, der noch drin ist. Wir haben ne coole Gang. Oh, es ist ein niedriges Weg. Ich muss den fragen, ob du mitmachen darfst. Bestimmt, der ist cool drauf. Ja? 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 Das müssen wir machen. Das müssen wir machen. Das müssen wir machen. Ein unschuldiges Leben hängt gerade. Ja? 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 Wie ist dein gesteiger Tag? Ja? 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 Also? Ja? Ja? Ich stehle... Wow... Ich stehle... er ist ein albino mammut helmut er den kennen den kern nicht schon ja das stimmt das stimmt jagami reißt sich wirklich den arsch im moment auf ja ich bin bereit ich habe jetzt gerade nicht zu nichts zu tun hier also vier frauen warten zu hause ich muss mich mal bei wir kommen zurück kieks wahmit wow sonne my show no ad dec nine no jintaj jiken de kanja okoloshita anta war e2 so leo shit waddo deck nine no Und du hast trotzdem nichts unternommen. Wie heißt der Sonnenuntergang auf Finnisch? Helsinki? Wow. Und du bist zufangen. Dass du mit einer Adenkasten mit den Geistes-Nunselbenproduzenten auf den Auslandskumpen sowie mit den Schraube. Ich weiß, dass du mit den Geistes-Nunselben hast du bist. Nein, ich weiß nicht. Postk~? Als ich bis zum L Board�ierungen nicht verlauche, ist es heute Ihr Mal. Ist das schon da? Du bist ein Arschluss, oder ein Arschluss? Du bist ein Arschluss? Ich bin auch ein Arschluss im heutigen Kurs. Ich bin auch ein Arschluss im Haus. Ich bin ein Arschluss im Haus, oder so. Ich bin fertig, dass du noch ein Arschluss mit dem Arschluss erinnert. Wenn du jetzt an der Anfehlungen in die Addeck 9 zu machen, Wenn man die Verkaufnahmen macht, dann wird die Verkaufnahme nicht sicher sein. Was ist das? Warum kann man das so tun? Der Verkaufnahme ist kein Verkaufnahme. Was ist das? Was ist das? Das war die Verkaufnahme. Er hat nicht die Verkaufnahme von uns. Ich habe mich nicht mehr überlebt, dass ich mich um der Ingenieurin betrug. Ich habe mich überlebt, dass ich mich um Addeck-9. Was ist das? Das ist das Problem. Ich habe mich überlebt. Ich habe mich überlebt. Was ist das? Ich will gerne während der Welt ein wenig zu versuchen. Ich habe gefühlt eine Angst, dass ich nicht mehr so sein kann. Ich habe mich in den Augen gefehlst. Ja. Ich habe keine Analyse. Ich habe keine Analyse. Ich habe auch keine Analyse. Aber ich habe mich für die Adenken bei den Adenken, um die Menschen zu erfüllen. Ich habe keine Analyse. Ich werde mich nicht mehr unterhalten. Ich habe keine Analyse. Was? Bitte, Kido. Okay. Da ist wieder Flachwitz zur Zeit. Oh, das hat er doch bewusst gesagt, ne? Dieser kranke Psycho. Er guckt doch schon so. Alter. Wir müssen den unbedingt Ding festmachen. Und den Supercopter, ne? Der Maulwurf. Ei, ei, ei. Der Maulwurf. 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 lese stirbt in mir was in mir auch einige gehirnzellen sterben jedes mal ab woher habe ich es nie verstanden warum es andreas kreuz heißt heute weiß ich es signalisiert es signalisiert halt stopp ein gar nicht musste mir über live ist schon das lachen verkneifen an einer für gewöhnlich emotionalen stelle du bist sowieso komisch das spiel ist so traurig naja und eigentlich nicht aber es ist ein emotionales spiel und du lachst bei sowas oder verkneifst es dir hat nur eine unterhose an wenn man sein ding festmachen muss traurig das macht mich auch sehr traurig sohn 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 Nachdem der Schöner der Tera-Sawa-Emi ... Sie sind ... Sie wissen, was Sie? Sie haben den Hachik, aber ... Sie haben das nicht gemacht! Hachik hat ... Hachik hat ... Sie sind ein Mensch, Schöner und Sie. Aber ... Sie müssen das, was Sie tun. Die Person, die Shono und Kido Bart im Neuen gemeinsam mit ihm zu schützen war. Die Person habe ich mich, die wir uns im Bedeutung haben. Oh, das ist das. Ich und Shono wurden alle von mir vor, und ich habe mir das Leben für einen Hilfiger. Das war derjenige, der sich das Team überlebt hat und sehr geniegt. Ich und Shono wurden keine Lust mehr mit dem Gelegenheit und der Verwanderung. Drei Dreckhaufe an einer Stelle, auf einer Stelle. Hallo, Y-Phone. Mir geht's gut. Mir ist nur ein bisschen warm. Mein Zimmer hat gerade 31 Grad. Wie geht's dir? Warm? Ja. Eine Wolke, die aussieht wie ein Pferd. Unbekleidet und aufmontabel. Okay, Keks. Was ist das wieder Lüch? Was ist das? Ah, du steckst sowieso mit in der Scheiße, also. Das ist so bitter, ey. Menschenversuche. Hamora hat in, äh, Konmaruen ebenfalls ein Geheimlabor für die Menschenversuche erwähnt. Oh, Entschuldigung. Könnte aber schlimmer sein. Du könntest auch sein, zum Beispiel. Okay, dann geh ich mal. Tschüss, ne? War schön. Dankeschön. Sieht jetzt aber nicht mehr aus wie ein Pferd. Jetzt sieht's aus wie Lasagne, richtig? Weil ich in Ruhe essen will. Mach das ruhig. Alles gut. Oh Mann, ey, was ihr da schon erschreift. Das Niveau suchen und eine Expedition für... Aber ihr habt recht. Wird eine lange Reise. Das sieht aus wie ein... was aus wie ein Hund ist denn wo. Dankeschön, Ferifax, für zehn Monate. Liebe geht raus. Wie geht's dir, Ferifax? Äh, Nils, meine. Entschuldigung. Also wo's mitzumern? Ich hab dich, was ich mitzumern? Ich bin gerade,base ich 사ge. Ich bin schon ein Teil von mir. Und wundervoll. Ich kann mich nicht ohne sich mitzumern. Ich bin schon ein Thema. Ich findet das, was man mitzumern. Hallo Zombie, wir verhören ihn gerade deswegen, wir erniedrigen ihn auf. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Du bist seit 72 Stunden wach, wieso das denn? Nein, das ist das .... Ichalie сделать nr Museums專еля ... Und ich sage das immer, wenn man Kant detector kopf recyckelt was in dissemination ... cinht ... the ango, dass Sie dieses Angebot sehen. Kato undותר, De göstere, wenn Sie lime Felst. Hier Compare auf diese sí. Eh Nein. Nr. Sie sind Srimi desde momentan und mir Ihre Gang. Na, okay. Hallo, Senko. Na, wie geht's euch? War auf einer Wallplay-Con und hab durchgemacht seit Freitag, 34. Sind schon lange über 72... Alter, solltest du dich nicht mal hinlegen dann? Ist jetzt nicht der beste Zeitpunkt dafür. Ich glaub, so lange könnte ich gar nicht was sein. Selbst mit Energy und... Was weiß ich. Irgendwie kann ich nicht der Energy Ballard. Uiuiui. Deine sechste Dose? Boah. Alter. Das ist, äh... Übel. Ja, ist nicht ganz ungefährlich, aber Freitag ist, äh... Erwachsen genug, dass den Körper aushält oder so. Also, ich könnte das nicht machen. Also, so viele Energy trinken. Ich trinke einmal in der Woche ein Energy. Das soll schon was heißen. Zwei gehen auch, aber das lasse ich immer. Klingt, als ob es donnert. Seh bloß grad nichts. Oh je, dann hoffe ich, dass der Energy bald seine Wirkung verliert und du dich dann hinlegen kannst. Das ist nämlich wichtig, dass du jetzt bald mal pennst. Ich mach mir da schon Sorgen. Ja, ich mach mir bei sowas auch immer Sorgen. Na, vier geht fast, kann er jetzt nicht pennen. Er hat ja grad geschrieben, der Energy ballert grad. Deswegen kann er jetzt grad nicht pennen. Dann muss er jetzt warten, bis die Wirkung nachlässt. Alles gut, ich hab mir morgen freigenommen. Da schlafe ich aus. Das ist sehr schön. Das ist sehr gut. Sonst hätte ich dich hauen müssen. Holzhammer Narkose. Ja, eine sehr gute Idee. Ich komm jetzt... Ich komm einfach mit einer Brat vorne vorbei und dann... Das ist okay, er hat doch trotzdem ins Bett. Ja, was soll da rumliegen, wenn er eh jetzt... ...vom Koffein... ...wach ist. Hey! Wir meinen es nur lieb. Denn wir sind voll lieb und so! Ach stimmt, der war das. Dieser komische Typ, der so ein Grinsen hat, als ob... ...weiß ich nicht, ihm irgendwas im Hintern steckt. Warum fangen wir so ein Baseball... Ja, stimmt. Stimmt! Dann mit dem Basie. Willkommen zurück, Mosi. Wir meinen es nur lieb. Mario von den... Dann hast du aber nichts davon. Ich hau dich direkt K.O. und geh wieder. Wow, Shadow. Uiuiui, wir kriegen das schon hin. Mal gucken. Du bist bei zwei Leuten, Mod. Ich bin bei... ...eins, zwei, drei... ...vier Leuten. Das ist schon zu viel. Nee, das ist doch nicht. Aber ich muss den wahrscheinlich... ...anvisieren, ne? Ach, bei Dropper jetzt auch. ... ... ... ... Es sieht so aus, als ob er das da oben ist. Ich muss nur noch telefonieren. Ja. Bei den beiden ist immer so viel Stress. Oh Gott. Ja, ich überlege mir auch, ob ich mir noch einen Mod zulege, dass wir zu viert sind. Dann müssen wir aber einfach nur mal eine Teamsitzung machen, sozusagen. Einfach mal die Regeln so richtig durchgehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Damit kein Mod unsicher ist. Von mir aus direkt. Teamsitzung. Gemeinsam aufs Klo. Nein. Teambesprechung für die Regeln. Ekelhaft. Pizza weiß. Geil. Bis. Hast du uns lieb? Ja. Warum habe ich sogar einen Haki-Mode? Oh Gott. Was habe ich gemacht, um euch zu hacken? Ihr Hackfressen. Oh, der ist aber sehr paranoid. Äh. Was machst du denn? Warum kommst du denn hier um die Ecke, du blöder Sack? Lalalala. Oh Mann. War da wieder was anstößiges? iPhone? Tsk, tsk, tsk. Nein, nein, nein. Böse. So, bei dem muss ich echt aufpassen. Der ist richtig paranoid. Schade. Ja, der Keks wurde gut abgerichtet. Ich dachte, sie hat uns Hieb. Ja, habe ich auch. Hieb und lieb. Wenn ich eine Firma hätte, wo ich einen Raum mit einem Tisch und sechs Klosen hinbauen würde. Die morgendliche Teamsitzung. Wow. Ich bin gespannt, wer der vierte wird. Ja. Mal sehen. Wenn, dann müsste ich auch erstmal privat fragen, ob überhaupt... ...man Lust hat und das auch ernst meinen würde. Du bist so eine kleine Kackwurst. Du Kackwurst, du. Was? Ist denn nochmal einfach zurückgekommen? Was soll das? Das ist so pure Absicht. Ich glaube, wir haben Gewitter. Es donnert die ganze Zeit. Also es klingt danach. Wird man das Mod sein? Ernst. Es ernst meinen, mir zu helfen und mich zu unterstützen im Stream. Weil ich brauche keinen Mod, der es halbherzig macht. Ich brauche keinen Mod, der es halbherzig macht.